Es geht weiter mit einer erneuten Templerjagd, die lautet die Lambeth Tyrannen. Und wir machen uns wieder auf den Weg. Ist ja nicht weit. Ich hab noch in der Zwischenzeit ein bisschen Truhen gesammelt. Jedes Mal, wenn ich in ein Gebiet komme, werde ich gleich sofort belästigt. Das ist richtig extrem hier in dem Spiel. Das ist wirklich schon fast krasser als bei Unity, ne? Da gab es so bei Unity... Also hier merkt es richtig volle Hände. Ja leider Gottes war das mal wieder hier absolut für den Arsch. Ja. Das war jetzt einmal desynchronisiert. Aber seht ihr das? Ich muss auf jeden Fall sagen, Syndicate verzeiht eher nichts. Wenn du einfach so in ein Gebiet reingehst, ohne irgendwie Adlerorgel vorzumachen oder irgendwie im Plansamen, bist du meistens weg vom Fenster. Ja, ich probiere es jetzt gerade noch einmal. Das ist natürlich nicht toll. Ich probiere es erneut. Die Templerjagd. Ein zweites Mal. Ich probiere jetzt erstmal... Oh! Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Was habe ich gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte doch jetzt starten und das Adlerauge anmachen. Ich habe aber auch ein Pech. Das ist richtig zu heulen. Ja, warum er jetzt noch wartet, damit er erstmal eine Kugel kriegt, das verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt auch ein bisschen mal hin. Schön, dass wir meine Rooks auch zur Hilfe kommen. Das finde ich auch immer sehr toll. Ich glaube, ich werde die Rooks mitnehmen. Ah ja, jetzt sind sie plötzlich weg. Seht ihr das? Ich komme doch nicht immer zu der Mission hin. Da werde ich schon angemacht. Das ist ja richtig nervig, ist das. Mein Gott, ich wollte eigentlich richtig losmachen mit einem Adlerauge. Ja, weil er auch schon... weil er schon hier die Alte ist. Deswegen. Vorteil, der Abschluss dieser Herausforderung gibt es natürlich auch schön. Die Lampeth Turan Maxima zwei Zivilisten töten lassen. Hat sie schon in den Zivilisten getötet? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Lass sie mich entkommen! Das ist jetzt derjenige, den ich jetzt platt machen muss. Ich frage mich, wann töten die Zivilisten? Das ist eine Frage jetzt. Die ist eine sehr gute Frage sogar. Ich wollte ihn jetzt ermessern ein bisschen, aber gut, ich mach jetzt hier mal schnell und dann hau ich ab. Jetzt kann ich eigentlich weggehen, ne? Scheiße, die kommen hier hinterher. Das sind meine Rooks. Ja. Rekrutieren, selbstverständlich. Ja, jetzt verpissen sie sich. Also ich glaube, das Spiel hat wirklich auf mich abgesehen. Das ist ja Wahnsinn. Zumindest hab ich alles geschafft. Das ist doch auch mal was. Templerjagd ist nämlich abgeschlossen. Und das optionale Ziel auch. Fein. Weiter geht's. Komm weiter zu können. Das geht's.